Ja gut, Namen allerseits bei 20 Years on MTV, Folge 19 der vierten Staffel, das Jahr 99. Oskar Lafontaine ist da zurückgetreten, hat geschmollt und ein Buch geschrieben. Und langsam, langsam kommt er wieder zurück. Außerdem, 99 im Mai, einer der schwersten Tage in meinem Leben. Ich war in Barcelona, beim Champions League Finale, Bayern gegen Manchester. Und saß da so, hab mich schon gefreut, es war die 89. Minute. Es war schon alles für eine Feier, zurecht gemacht und plötzlich bebte zweimal die Manchester-Tribüne. Danach hab ich angefangen zu heulen, bin ziellos durch Barcelona, fünf Stunden lang und hab mein Hotel nicht mehr gefunden, weil ich so verzweifelt war. Manche mögen sich jetzt denken, wegen Fußball. Ich sage, ja, wegen Fußball. Gut, wir machen weiter mit Musik. Und zwar mit Destiny's Child, da erschien ja 98 das Debütalbum. Und Bills, Bills, Bills war eine Single daraus, ging in USA auf 1 und hat langsam auch den Weg bei uns geebnet. Das waren die Eurythmics mit I Saved the World Today von ihrem Reunion-Album Peace. Jetzt gibt's eine kleine Pause und danach mehr Songs, an die man sich erinnern sollte, aus dem Jahr 99. Das war die gute alte Cher mit Strong Enough. Sie war ja fett im Geschäft in dem Jahr, ne? 98 belief, kam ja ein bisschen vorher raus und jeder dachte sich, die macht Musik bis sie 100 ist. Wenn sie die richtigen Produzenten hat, die ein bisschen an ihrer Stimme rumschrauben. Hat sie von den Franzosen gelernt, French House, Filter House und dann so ein bisschen aufpoliert und dann die Hipparade von hinten aufgerollt. Ein gutes Jahr für sie. Ein gutes Jahr auch für Mellow Tracks, wenn sie sagen, wer sind das? Sag ich, das ist ein DJ aus Hamburg, beziehungsweise Pinneberg. Christian Scharnweber heißt der bürgerlich. Und der legt im Prinzip auf, seit er sprechen kann. Und das hat sich blendend ausgezahlt, spätestens im Jahr 98. Outer Space war recht weit oben in den Charts. Das war Will Smith mit Wild Wild West. Eigentlich wird ja alles zu Gold, was er anfasst, ne? Bis auf den Film, der zu diesem Track gehört. Wild Wild West, an den Kinokassen totaler Flop. Aber dann auch wieder dieser Song, ein Hit weltweit. Jetzt geht's weiter mit Echt, einer Band, die vollkommen zu Unrecht eine Zeit lang mal als Teenie-Band verschrien waren. Aber ich fand die immer super. Songs selbst geschrieben, die Typen selbst auch spitze. Und mein Lieblingssong von Echt ist Du trägst keine Liebe in dir, vom zweiten Album Freischwimmer. Kommt jetzt. Das war ein Garbage-Minierer-James-Bond-Titelmelodie. The World is not enough. Jetzt kommen wir zur besten Nena-Cover-Version ever. Jan Delay hat für den Sampler Pop 2000 eine Reggae-Dub-Pop-Version von Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann gemacht. Und die ist so großartig, müssen wir unbedingt spielen. Ihr wisst, Nena hat ja zusammen mit Kim Wild das gleiche Stück nochmal gecovert. Auch nicht schlecht geworden. Und hier kommt Jan Delay. Und hier kommt Jan Delay.